Hallo meine lieben Freunde, ich bin´s wieder, euer Digny, zusammen mit Robin Hood, also der normal Cobra, endlich wollte er die Anzeige machen. Wo fahren wir denn auf Suzukawa Sick World? Oh Gott, ich bin ohne 5 Turbo, mich übergebt an Robin. Grüße hier draußen, alle meine Abonnenten, dann auch an heute zu schauen. Ja, wir wollen zu Suzuka fahren, in der R, der Digny ist auch mit am Start. Wir haben heute den 14.10, 1.19 Uhr. Ja, wir fahren auf Suzuka und beide mit über 05 Turbos. Die selbe Leistungspunkte, alles identisch. Und der Digny hat sie jetzt auch in P300S gekauft. Ja, zwangsweise. Haben jetzt beide dasselbe Lenker. Oh, dann geht´s los. Die beiden haben wieder eine Entscheidung. Gleich verschaltet. Hat ja schon erst den Gang drin. Boah. Die kleinen Hubbeln hier, das merkst du gleich. Ja. Der Turbo greift den. Boah, Alter. Was ist er gefällig? Oh, 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 oh. Ein bisschen los. Ja. 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 Jakob, Jahr. Ja. Ja. igern hipsterischerick alternate MORITTT Ja. Steuern wir jetzt nach. Na, ja. Ja, da kommt noch so leicht in die Luft. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie ist das denn hier? Ist doch aber hart in der Moment, ne? Ja, ja. Ja, ja. Boah! Alter! Scheiße! Hörer Mann! Voila! Es ist gut aus bei der D-Pitch-Strecke, aber die bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Der Feuercross gibt sie auch. Im películ. Okay, cool, cool! лохie albo Wir 맛있어요! Oh shit, abtriffen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, das war noch ein paar. ich stand auf die eisen ich komme auf noch nicht mehr dreck hier wollte ich diesmal eine sauber drücken wenn du da die Kürze nicht richtig erwischst dann kriegst du gar nicht mehr dann müssen wir ein bisschen bremsen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Kurve mag ich nicht. Das ist eine Rechtskurve mit nicht unbedingt idealem Winde, um links abzufahren zu können. Da sparsen wir noch mal. Oh, ich kriege das größte Cript hier rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020